Hallo meine Lieben, ja wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich der 25. oder 26. Dezember. Und ich wollte euch ein Outflash of the Day und Face of the Day für Weihnachten machen. Es war jetzt schon nach Weihnachten, aber ist ja egal, ich wollte euch das mal zeigen. Und dann fang ich mit dem Face of the Day an. Ich habe nur ein Lidstrich und Wimperntuch, Schubhuder und Abdeckstift von Essence Arret. Ja, dann habe ich mir über Nacht französische Zöpfe geflochten und jetzt habe ich so eine schöne Welle. Und ja, dann mit dem Outflash of the Day mache ich jetzt weiter. Also ich trage eine graue Jacke, ein Kleid, Leggen zum Schuh und das Kleid ist trägerlos, also mit so Spaghetti-Trägern. Und ja, das hat hier so eine Dinger, Stufungen, Dingensbumens, Teile dran und es geht bis zu den Oberschenkeln. Und die Jacke auch, die ist so eine graue. Das Kleid ist von H&M, die Jacke weiß ich nicht mehr, die gibt es glaube ich überall. Und dann meine Lieblingskette. Und ja, eine schwarze Leggings, die leider hier so Pigment-Störungen hat und kaputt ist. Ja, und dann die Schuhe von Tamaris. Die sind so, ich sage dazu mal Indianerschuhe, die sind auch die Indianerschuhe, finde ich. Und dann haben die oben so ein Fell, das sehr warm ist. Ja. Und das ist mein ganzes Outfit. Und ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.